Erklär-Sound Die Schrecken und Heldentaten dieser Zeit so genau wie möglich darzustellen Historische Berater wie Marty Morgan haben sichergestellt, dass wichtige Schlachten und Ausrüstungen authentisch dargestellt werden Zum Beispiel enthält das Spiel realistische Schauplätze wie den D-Day und die Befreiung von Paris Die Entwickler haben auch die Ausrüstung und Uniformen der Soldaten detailliert nachgebildet, um ein authentisches Spielerlebnis zu schaffen Die Multiplayer-Komponente nimmt jedoch einige kreative Freiheiten, indem sie die Möglichkeit bietet, als weibliche und diverse Soldaten zu spielen Was historisch nicht korrekt ist, aber das Spielerlebnis inklusiver machen soll Als nächstes haben wir Battlefield 1 Dieses Spiel entführt euch in die brutalen Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs Die Entwickler haben großen Wert auf historische Genauigkeit gelegt, insbesondere bei den Schlachten und den verwendeten Waffen Ihr erlebt die Schrecken des Grabenkriegs, Luftkämpfe und Panzergefechte in einer Vielzahl von realen Schauplätzen wie der Westfront und Gallipoli Zum Beispiel wird die Schlacht von Verdun detailgetreu dargestellt, einschließlich der endlosen Gräben und des zermürbenden Stellungskriegs Historische Einheiten wie die Harlem Hellfighters, ein afroamerikanisches Regiment, werden ebenfalls vorgestellt Trotz der Bemühungen um historische Genauigkeit gibt es einige kreative Freiheiten, wie etwa die dramatischen Zeppelin-Kämpfe, die in der Realität weniger häufig vorkamen Assassin's Creed 3 versetzt euch in die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges Ihr spielt Connor, einen Assassinen, der eine wichtige Rolle in den historischen Ereignissen dieser Zeit spielt Das Spiel bietet eine authentische Darstellung von Schlachten wie der Schlacht von Bunker Hill und die Belagerung von Boston Zudem trifft man auf historische Persönlichkeiten wie George Washington und Benjamin Franklin Die Entwickler haben akribisch darauf geachtet, historische Gebäude und Orte nachzubilden, um eine immersive Erfahrung zu schaffen Beispielsweise sind die Städte Boston und New York mit ihren historischen Gebäuden und Straßen detailgetreu nachgebildet Außerdem werden Ereignisse wie der Boston Tea Party und der Winter in Valley Forge thematisiert, die das historische Setting des Spiels weiter vertiefen Red Dead Redemption 2 ist ein Meisterwerk, das das Leben im Wilden Westen zum Ende des 19. Jahrhunderts darstellt Das Spiel bietet eine riesige offene Welt, die reich an Details und historischer Genauigkeit ist Von der Kleidung über die Architektur bis hin zu den gesellschaftlichen Normen, alles wurde sorgfältig recherchiert und umgesetzt Historische Ereignisse wie der Niedergang der Wild-West-Ära und die Industrialisierung sind zentrale Themen des Spiels, was es nicht nur zu einem Spiel, sondern auch zu einer eindrucksvollen Zeitreise macht Die Figuren im Spiel wie die Van der Linde Gang basieren auf realen Outlaw Gangs dieser Zeit Die Entwickler haben auch viel Wert auf kleine Details gelegt, wie die Arten von Waffen und Pferden, die zu dieser Zeit verwendet wurden sowie die Darstellung des täglichen Lebens und der Herausforderungen, denen sich die Menschen im Wilden Westen stellen mussten Zu guter Letzt haben wir L.A. Noire, ein Detektivspiel, das im Los Angeles der 1940er Jahre spielt Ihr schlüpft in die Rolle von Cole Phelps, einem LAPD-Detektiv, der reale Kriminalfälle löst Das Spiel ist bekannt für seine beeindruckende Gesichtserkennungstechnologie, die es ermöglicht, die Emotionen der Charaktere genau zu lesen L.A. Noire basiert auf echten Verbrechen und gibt euch einen tiefen Einblick in die Kriminalgeschichte dieser Ära wobei historische Zeitungen und Radioprogramme die authentische Atmosphäre unterstreichen Zum Beispiel basiert einer der Fälle im Spiel auf dem berüchtigten Black Dahlia-Mord Die Entwickler haben auch die Stadt Los Angeles detailgetreu nachgebildet, einschließlich bekannter Wahrzeichen und Straßenzüge Das Spiel bietet zudem Einblicke in die damalige Polizeiarbeit und die sozialen Probleme der Zeit, wie Korruption und Rassismus Das war der erste Teil unserer Serie über die besten Spiele, die auf wahren Begebenheiten basieren Welches dieser Spiele habt ihr gespielt oder wollt ihr unbedingt ausprobieren? Lasst es mich in den Kommentaren wissen Vergesst nicht, dieses Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal